Also, was ich nicht verpeilen darf, ist hier ein Dinger 5 Online, die es neue Sichtbemalern ist drauf für Halloween. Und weil ich das eine verpeilt habe, ist diese eine Maske leider, die rote. Also, ich hole mir jetzt alle, ich habe jetzt mal die Kohle. Eigentlich ist es sinnvoll zu sparen, aber ich will jetzt alle Make-up gespeichert haben. Alle Halloween Make-up werde ich jetzt versuchen abzuspeichern. Dass ich die einmal gekauft habe, sind die alle abgespeichert. Und das ist jetzt mein Ziel, dieser Special-Monsterber. Ich möchte alle Make-up haben, alle Halloween Make-up. Und das bin ich jetzt gerade so ein Friseur, die dann... Und hole mir jetzt alle Halloween Make-up, alle! Dass ich alle... Das habe ich leider keine... Ich würde auf jeden Fall wieder auf eine Million wieder kommen. Aber ich musste mehr den... Was machen wir nichts mehr? Ich... Ich... Wie viel haben wir noch? Dieses, und das, und das, und das... Ok, das, und das... Ok, wie viel... Wie viel kommt noch? Es steht... Wir sind nicht viele Nummer drin. Es steht die Nummer noch. Ah. Bis dahin... Bis dahin geht da. bis zu 34 34 bis 44 also ich hoffe mal dass die kohle dafür reicht naja ich will es im Grunde nicht mehr alle Metapolikern und dann komme ich eh ich komme sehr schnell wieder auf meine 1 millionen wieder so die Idee in der Zeit hol ich jetzt mal das mit ab und wenn ich nachher die Masse euch zeigen wo ich auf habe die rote Masse liegt leider nicht mehr weil der Muster würde für die tägliche Herausforderungen machen für die Arena wird aber die gibt es da nicht mehr und ich weiß ich rede die Masse erst im neujahr wieder das heißt erst nächstes Jahr beim Halloween ich hab gedacht was wieso kann ich die Masse erst wieder frei ich verstehe es ja wieder nicht ich hab mir echt gedacht warum warum kann man erst nächstes Jahr am Halloween diese Masse wieder frei schalten weil Halloween ist nur noch nicht mal gewesen weil als ein Halloween vorbei ist kann man das rausnehmen aber nicht wenn wir nicht mal nicht mal Halloween haben als Rostradem da macht ja einfach noch Dummheit Nächstes Mal lasst ihr euch mit sowas drinnen und da bringt die tägliche Herausforderung noch mal rein weil ich muss ja noch nebenher bei äh ich hab jetzt ich muss ja noch nebenher bei noch Video Beschreibung noch anpassen von dta 5 online wie viel der Part wie viel der Part ich mich befinde aber ich wird trotzdem ein paar Video noch hoch landen sie wird mal zeigen ich würde es die Video Beschreibung wird langsam langsam angepasst die Video Beschreibung von dta 5 online die wird langsam langsam angepasst in der Trostrad auch wie schon oft davon hoch naja das war mal die satt haben Leute diese ich will jetzt erstmal also ich darf ich verstehe einfach Rostradem da nicht Halloween kommt erst noch und die Masse kann ich mal nicht freischalten dann versuche ich bei äh bei Überlebenskampf ähm auch noch so frei zu schalten schnell wie möglich obwohl es auch nicht mehr geht aber eigentlich wobei Halloween kommt erst noch also ich verstehe ich glaube ich habe jetzt gleich alle mit ab gekauft alle Halloween mit ab und das bedeutet also da kommen aber ich habe ich habe bald ich kann alle mir holen die Kohle reicht auf jeden Fall weil es war eine Million dich hat dollar und was mache ich mit man alle Millionen alle Masken alle mit abzuholen dass die optisch bei dass ich die das würde das dem dass ich die alle abspeichern kann mit einmal kaufen kann man diese mit ab speichern ich habe noch vier stück noch also jetzt habe ich noch drei ähm drei stück noch und dann habe ich geschafft und dann habe ich alle dann habe ich alle mit ab ab gespeichert von Halloween das heißt die eine Masse muss ja nächstes Jahr nachholen die eine Maske halt leider aber es ist halt leider auch immer manchmal weil Leute manchmal haben wir halt Lust auf das Spiel wo man halt Lust drauf hat immer halt auf das Spiel halt gerade Lust also ja ich spiele halt manchmal manchmal habe ich halt Lust auf DJ V4 Online und manchmal habe ich auch Lust auf andere Spiele und darum kann man auch sowas verpeilen da haben wir die Masse die Masse kann man freischalten wenn man einmal täglich in der online drei kommt kann man die Masse das scheint bekommen die rote kann man auch bekommen weil es hättliche Herausforderung von Arena wird gibt es da nicht mehr und das ist durch die scheiße wir haben die nehmen ein ich nehme an ist ich will mal kurz mal ich will konnte nicht die Katze Masse freigeschalten habe weil ich beim ich würde ich habe wissen ja eben so dass ich mir Eier fressen ähm so viele Video hochzuladen vom Monstruber eigentlich ist der Plan gewesen so 31 Sachen da auf diese Playlist hochzufatten das muss ich konnte dass ich jetzt äh nachholen das heißt ich muss ja sehr viele Video davon jetzt was so ein Monstruber passt ähm schnellmöglich sehr viele Video vorprozessieren und um an einen Tag sehr viele Video mal hochladen man konnte mich das hinteregt ja oder nicht und ich habe eigentlich auch die aber mir ist da was eingefallen ich kann auch die Playlist auch aufbewahren auch für auch genau die Playlist auch dieses Jahr und es ist ja benutzt sein für das Monstruber stimmen weil da steht auch kein Jahr und es ist halt drauf Monstruber 2024 also nee das ist nicht so wie mit einem AdWordskalender Video wo jedes Jahr eine neue Playlist erscheint ja für mein AdWordskalender Video kommt immer eine neue Playlist letztes Jahr habe ich Posted gemacht weil ich da in Urlaub war aber dieses Jahr gilt es auf jeden Fall mein AdWordskalender auf meinem YouTube Kanal weil letztes Jahr ist weil letztes Jahr keins gegeben hat weil ich in Urlaub war und ja so ist es halt naja äh ich müsste mal gucken äh Drachenmaste die Masten habe ich Clownmaste äh äh das ist in MSH Königsmaste äh ich ich dachte ich hätte auch bis Welle 3 überlebt ich habe ein bisschen eine bestimmte Welle überlebt und warum habe ich die Masse da nicht äh egal ich sage euch erst noch ich höre mal übergucken und es hoffentlich ist auch bei Überlebenskampf und hier ist auch alle Liebläbenskampf hoffentlich äh selbstzustellte Shops ich hoffe so bei dieser will ach es ist neue Überlebenskampf mit Zombies und mit wilden Tiere, die besessen sind aber kann ich einfach ich habe doch alle Überlebenskampfe mal anzeigen lassen weil es muss auch die Überlebenskampf mit die äh mit die Aliens noch geben und was das ist hier muss immerweise speichern sein mit f... naja mal rote mal überlebt guck mal, wenn mal wie 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 viel Welle Welle wir überleben auch vorwärts waren äh will ich mal gucken wie viel Morisonen ich noch habe so oder was weiß ich so jetzt so jetzt gucken wir mal, dass ich wieder eine Million wieder bekomme eine Million in die Theaternach Okay. Hülschen! Hülschen! Oh, da hab ich mir das richtig gezählt. Ande. So, jetzt, machen wir mal diesen Überlebenskampf mit Zombies und besessenene Tiere. Auf den Friedhof. Aber es ist, dass wir den Überlebenskampf auch einladen können. Ja, mal schauen, wie lange ich da überleben würde. Und vielleicht kann es sein, dass wir nach der Aufnahme noch ein anderes Spiel rein gehen. So, lassen die Zombies bitte raus. Ich bin bereit für die Zombies und die Zombie-Horde. Oh, nein... Ich muss... Oh, nein... Oh, nein... Oh, nein... Ah, dahinten kommt sie. Äh, Steven, ich hab eine Frage an dich. Kann man dieses Hobby-Ableibungsraum haben? Hallo, will die auch spielen? Also am 31. So, jetzt sag ich mir was immer richtig shit an Steven. So, Willeis überlebt. Ich sehe so, da in diesem Überlebenskaffee immer bestehen bleiben würde. Diese Lebenskaffee-Modal, mit denen ich immer abspielen könnte. Oh, da kommen die erste Wildtüren. Okay. Zombie! Das ist ein Zombie. 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 Das ist ein Zombie-Ableibungsraum. Vellele zwei überlebt. Jetzt kommt Velle drei bitte. Oh, sind die. Ah, da 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 sind die. Ah Ah Aaaaaiiii Nein, ich bin gestorben, ja, egal, komm, jetzt kommen wir hin, aber egal, das haben wir ja echt hinbekommen noch.